Hi, schön, dass du heute wieder mit eingeschaltet hast und ich begrüße auch dich, wenn du hier heute zum ersten Mal mit dabei bist. Mein Name ist Gwendolyn und heute gibt es mal ein kleines Special. Beziehungsweise dieses Special wird es jetzt in nächster Zeit öfter mal geben. Ich habe ja hier auf meinem Kanal unzählige Dualsehen-Videos und ich sage es ja auch immer wieder, ich habe das Wichtigste zum Thema Dualsehen-Prozess ja schon bereits rausgegeben, vollkommen kostenfrei. Ich habe auch keine Info zurückgehalten, also du kannst, wenn du dir meine Videos ansiehst, über den Prozess selbstständig mit dir arbeiten. So, Fakt ist aber, trotz der vielen Videos habe ich sowohl in meinen Coachings als auch täglich in meinem E-Mail-Postfach Fragen zum Dualsehen-Prozess. Trotz der vorhandenen Infos habt ihr Fragen. Meistens beantworte ich diese Fragen, sobald ich Zeit habe, aber ich habe mir überlegt, ich werde das ab heute und in Zukunft so gestalten, wenn einer von euch eine Frage stellt, von der ich glaube, dass sie für die Masse relevant sein könnte, dann beantworte ich diese Frage in einem Video hier. Achtung, ich kann auf gar keinen Fall alle eure Fragen in einem Video beantworten, das würde einfach meinen zeitlichen Rahmen sprengen, das geht nicht. Aber wenn ich wirklich merke, so wie heute, das ist eine Frage, die bewegt viele, die Frage wird mir oft gestellt, die könnte für viele Leute interessant sein, dann mache ich das zukünftig in einem Video. Also, ich nenne keine Namen und ich lese auch keine E-Mails vor, ja, das mache ich nicht, aber ich umfasse quasi das Thema. Und das Thema, über das ich heute sprechen möchte, weil mir wird diese Frage relativ häufig gestellt, ist es meine Dualseele oder bin ich in einer toxischen Beziehung mit einem narzisstischen Menschen gelandet? Auf diese Frage möchte ich heute antworten, das heißt, wenn du dich dafür interessierst, wenn du dich das schon mal gefragt hast, dann bleib jetzt unbedingt dran. Für den Anfang möchte ich mich natürlich einmal bei dir, bei euch ganz, ganz herzlich bedanken. Jede Spende auf Paypal, jedes Like, jedes Abo unterstützt mich, meine Arbeit und meinen Kanal. Von daher danke ich dir von ganzem Herzen. Was die heutige Frage betrifft, habe ich es mit einer toxischen Beziehung oder mit meiner Dualseele zu tun? Diese Frage impliziert ja so ein bisschen, dass, wenn ich meine Dualseele treffe, kann das Ganze ja gar nicht toxisch sein. Diese Frage geht der ersten Frage voraus. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du deiner Dualseele begegnest, kann das sehr, sehr toxisch sein. Das heißt nicht, dass jede toxische Beziehung die Dualseele ist. Du kannst das eigentlich sehr, sehr gut unterscheiden. Warum treffen wir die Dualseele? Wenn wir die Dualseele treffen, begegnen wir einem anderen Menschen, egal ob Frau oder Mann, der die gleiche Seele hat, die wir haben. Dieser Mensch spiegelt uns jede lichtvolle Seite in uns, die wir haben, die wir vielleicht noch nicht leben. Das heißt, dieser Mensch lebt Talente und Begabungen aus, die wir in uns tragen, die wir aber noch nicht nach außen tragen oder vielleicht noch gar nicht in uns gefunden haben. Dieser Mensch hat aber auch alle Schattenseiten, die wir in uns tragen und die wir verdrängen, die wir nicht ansehen wollen. Nun ist es so, wenn ich in mir toxische Muster habe und ich treffe meine Dualseele, wird unsere Beziehung mit großer Wahrscheinlichkeit extrem toxisch sein. Das gilt nicht für alle. Das ist eine ganz individuelle Geschichte. Fakt ist aber, wenn du in dir toxische Muster hast und die hast du, die hast du, wenn du in einer toxischen Beziehung bist, hast auch du toxische Muster, dann ist es beim Dual auch so. Wie du jetzt erkennst, dass das deine Dualseele ist oder nicht, möchte ich dir auch sagen. Ganz einfach, wenn du in dir diese toxischen Muster löst, wenn du an deine Themen rangehst und das auflöst, löst sich das automatisch beim Gegenüber mit auf. Wenn du das in dir löst, dir deine toxischen Muster einmal anschaust und beim Gegenüber bleibt aber alles gleich, da passiert nichts, dann war das ein karmischer Partner, der dir aber trotzdem einen Dienst erwiesen hat, weil er hat dir geholfen, dass du dich von diesen Mustern befreist. Aber es war nicht die Dualseele. Von daher, das ist ein ganz tolles Erkennungsmerkmal, wenn ich mich von meinen toxischen Mustern befreie, befreit sich mein Dual automatisch mit und unsere Beziehung ist auf einmal anders. Ich möchte gar nicht so stark in diesem Video darauf eingehen, was ist denn eine toxische Beziehung? Da gibt es, glaube ich, schon bestimmt Millionen Videos, Beiträge, Blogs. Wenn du dich für das Thema interessierst, kannst du dich da auf jeden Fall belesen und dir Infovideos anschauen. Aber trotzdem ganz kurz, meistens ist es tatsächlich so, dass verbreitet wird, eine toxische Beziehung findet immer mit einem narzisstischen Menschen statt. Dann gibt es den Empathen und den Narzissten. Eine toxische Beziehung muss nicht mit einem Narzissten stattfinden. Das ist häufig der Fall, muss aber nicht sein. Es muss nicht sein, dass du eine toxische Beziehung hast und dass dein Gegenüber automatisch narzisstische Züge hat. Das ist ein Fall, der kommt häufig vor, muss aber nicht sein. Und für eine toxische Beziehung braucht es zwei Parteien. Es braucht die eine Partei, die Macht ausübt, die kontrolliert, die den anderen in eine abhängige Position drängt und da auch hält. Dann braucht es die andere Person, die Macht abgibt, die sich in diese Position drängen lässt und die da verweilt. Das heißt, schau mal gerne für dich, in welcher Position bin ich eigentlich hier in dieser Beziehung? Bin ich in der machtausübenden Position oder bin ich in der Position, wo ich meine Macht abgegeben habe? Und hier ist schon das Stichwort. Ich habe Macht abgegeben. Das Ding ist Eigenverantwortung, Fremdverantwortung. Es gibt nicht wenige Menschen, nicht wenige Menschen, die diesen Grad, diese Balance zwischen Eigenverantwortung und Fremdverantwortung nicht hinbekommen. Nur du, du ganz alleine bist für dich verantwortlich. Du bist dafür verantwortlich, was du denkst, was du fühlst, was du tust. Du bist für dich verantwortlich. Und dein Gegenüber, das kann deine Mutter sein, das kann ein Freund sein, das kann dein Partner sein. Dein Gegenüber ist für sich verantwortlich. Für seine Gedanken, seine Gefühle, seine Handlung, für sein Glück. Diese Verantwortung hast du nicht. Wenn du jetzt aber mit dem Gegenüber in Beziehung gehst, gibt es einen Anteil Fremdverantwortung. Und zwar habt ihr beide gemeinsam Verantwortung für den Bezug zueinander. 50% dieser Verantwortung, dieser Fremdverantwortung liegen bei dir und 50% liegen beim Gegenüber. Das ist dann harmonisch. Ganz häufig schaffen Menschen diesen Drahtseilakt aber nicht. Das heißt, ein Partner gibt seine Macht ab und der andere hat die volle Verantwortung. Und alleine dieses Muster ist schon toxisch. Dieses Muster ist schon schädlich. Die Lösung ist tatsächlich, hol dir deine Macht zurück. Und das sind mehrere Schritte, die du dann vollziehst. Erstmal Klarheit. Mach dir einen ganz klaren, realistischen Überblick über deine Ist-Situation. Wie ist denn deine Ist-Situation mit deinem Gegenüber? Wie ist die Dynamik eurer Beziehung? Wie sieht es da aus? Kannst du deine Beziehung aktiv mitgestalten? Oder bist du in einer ohnmächtigen Position, wo du abhängig davon bist, was dein Partner möchte? Ja? Welchen Augenblicken machst du dich abhängig von dem Partner? In welchen Augenblicken übernimmst du Fremdverantwortung, wo es aber unangebracht ist? Ja? Auch das kannst du dir gerne einmal anschauen. Verschaff dir einen klaren Überblick. Du kannst dazu auch sehr gerne Hilfe in Anspruch nehmen. Das kann jeder ex-beliebige Coach sein. Das muss kein Dualseelen-Coach sein. Unter Umständen auch einen Therapeuten. Das kommt auf deine individuelle Situation an. Also wie schlimm ist es denn eigentlich? Weil toxische Beziehung, es kann schwach ausgeprägt sein, es kann mittelstark ausgeprägt sein, es kann ganz stark ausgeprägt sein. Von daher, je nachdem, wie reflektiert du bist, wie gut du von außen auf Situationen schauen kannst, wie gut du dazu auch in der Lage bist, aus sowas wieder rauszukommen, such dir Hilfe oder sag, nein, ich versuche es jetzt erst mal allein. Also nachdem du dir diesen klaren Überblick verschafft hast über deine Ist-Situation, über die Dynamik, mach dir bewusst, was du willst. Wir müssen wissen, was wir wollen, damit wir sagen, damit wir kommunizieren können, was wir wollen. Dann hat nämlich unser Partner überhaupt erst eine Chance, darauf einzugehen. Das heißt, wenn du deine Wünsche, deine Bedürfnisse und deine Grenzen nicht kennst und auch nicht klar kommunizieren kannst, in angebrachter Art und Weise, hat dein Partner auch überhaupt keine Chance, dir das zu geben. Das ist auch so ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben nicht das Recht, das zu verlangen. Wir können das sagen, wir können das kommunizieren und unser Partner hat dann die Wahl, die Entscheidung zu sagen, ja oder nein. Wenn wir ein Bedürfnis haben, wenn wir eine klare Grenze gesetzt haben und unser Partner sagt aber nein, müssen wir uns entscheiden, was ist mir jetzt hier gerade wichtiger, dass es mir gut geht oder dass diese Beziehung, die mir schadet, aufrechterhalten wird. In der Regel ist es wirklich so, du hast, wenn du dich in so einer Situation befindest, sehr harte Entscheidungen zu treffen für dich und viele scheitern daran. Viele sagen, nein, die Beziehung, so ungesund sie auch ist, ist mir wichtiger, als dass es mir gut geht und dann leiden diese Menschen oftmals jahrelang. Also das ist wirklich wie so ein Teufelskreis, das wird immer schlimmer und das alles nur, weil Hoffnung besteht, irgendwann kommt die schöne Anfangszeit wieder. In diesem Fall ist die Hoffnung leider toxisch, weil es wird sich verändern, wenn du etwas veränderst. Wenn du jetzt wirklich mal schaust, okay, was stimmt hier in meiner Beziehung nicht, was will ich stattdessen, was liegt in meiner Macht, was liegt in der Macht meines Partners und das klar kommunizierst und dein Partner geht null Komma gar nicht darauf ein, sagt nein, hast du die Option zu gehen für dich. Wenn dieser Partner die Dualseele ist, dann wird auch er gleichzeitig an sich arbeiten, dann wird auch er sich von seinen Mustern befreien. Wenn dein Gegenüber das nicht tut, dann war das einfach ein toxischer Karma-Partner, der dir geholfen hat, Selbstwertgefühl zu entwickeln, dadurch Grenzen zu setzen und zu kommunizieren und wieder bei dir anzukommen. In der Regel, ich sage es mal so, alle Menschen haben das Bedürfnis, anerkannt zu werden, geliebt zu werden, angenommen zu werden. Das sind ganz normale menschliche Bedürfnisse. Problematisch wird es, wenn dieses Bedürfnis nach Bindung, sage ich jetzt mal, über dem Bedürfnis steht, dass wir auch das Bedürfnis haben, wir selbst zu sein. Menschen, die in diese Richtung schlagen, haben oftmals das Problem, wenn sie auf sich zurückgeworfen werden, aber ich weiß doch gar nicht, was ich will. Ich weiß doch gar nicht, wer ich bin. Ich weiß doch gar nicht, was ich brauche. Und genau da würde zum Beispiel ein Coach, ein Therapeut mit dir zusammen ansetzen, was willst du, was brauchst du, wer bist du? Was liegt in deiner Macht, in deiner Verantwortung? Was liegt in der Verantwortung deines Partners und wo habt ihr die gemeinsame Verantwortung? Von daher, ich denke, ich habe dir jetzt ganz, ganz viel Input zum Nachdenken mal gegeben. Wenn du in einer toxischen Beziehung steckst und du weißt nicht, ist das die Dualseele oder ist das vielleicht ein Mensch, der narzisstische Züge hat, an den ich da geraten bin, dann hilft nur eins, verschaff dir Klarheit, löse die toxischen Strukturen in dir auf und schau mal, was da drüben passiert. Verändert sich da drüben nichts? Bleibt dein toxischer Partner in seinem Verhalten? Dann war es nicht die Dualseele. Wandelt sich dein Dual auf ganz magische, zauberhafte Art und Weise, dann weißt du, okay, das ist mit ganz großer Wahrscheinlichkeit tatsächlich die Dualseele und meine Dualseele hat mir nur meine toxischen Anteile gespiegelt, dann sind die mir nicht weg. Dann kann überhaupt erst eine Beziehung auf Augenhöhe stattfinden. Von daher, diese Frage wird mir wirklich oft gestellt, ist das ein Narzisst oder ist das ein toxischer Partner? Ist das die Dualseele? Kann eine Dualseelenbeziehung überhaupt toxisch sein? Ja, kann. Wenn du toxische Muster in dir hast, dann kann das durchaus toxisch werden. Das Schöne ist, dadurch, dass es dann die Dualseele ist, löst du das in dir, löst du das dann halt auch in dem anderen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn es dir geholfen hat, lass mir unbedingt ein Like da. Wenn du Hilfe und Unterstützung brauchst, alle Infos in der Infobox, schreib mich gerne an. Ich antworte dir schnellstmöglich. Vergiss bitte nicht, die Telefonnummer dazu zu schreiben, sonst schreiben wir beide ewig hin und her. Das wäre schade. Ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit. Schreibt mir ruhig weiter eure Fragen. Wenn ich denke, die Frage ist relevant für die Masse, dann mache ich gerne ein Video dazu. Und in diesem Sinne sage ich für heute auf Wiedersehen und bis ganz bald.